Hi, ich habe mich in Schale geschmissen und werde heute Sebastian und Timo bei Lkw und bei Pkw mal richtig zur Hand gehen. Hey Sebastian. Hi Stefan. Du hast mir ein bisschen Hilfe heute. Ja, aber ich hoffe, dass wir mit der Karre nachher vom Hof fahren. Das wollen wir mal schauen. Also los geht's. Hier gehen jetzt alle Steuergeräte durch, ob irgendwo ein Fehler drauf ist. Das hilft uns unheimlich bei der Fehlersuche. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, mein Auto schaltet nicht mehr wegen dem Automatikgetrieb oder so, dann können wir es auslesen und dann können wir eigentlich schneller den Fehler finden. Weißt du schon, was du in Zukunft geplant hast nach der Ausbildung? Eigentlich noch nicht so, nein. Mal schauen, ob ich weitermache. Meistertechniker, ist ja alles möglich. Wie ist das bei so viel Technik in einem Auto? Da ist ja wahrscheinlich dein Beruf nicht mehr rein handwerklich, oder? Nein, das ist nicht mehr so, genau. Und zwar hier müssen wir das Fahrzeugniveau anpassen, quasi, dass das Fahrwerk weiß, wo Nullpunkt ist. Alles klar. Und dann fange ich jetzt gleich damit an. Gerne wegen Lautfahrer. Okay. So, fertig. Nach dem Ding kommt ja wahrscheinlich nimmer mehr, oder? Ja, warte mal ab. Jetzt kommt noch ein AMG-GTS. Was machen wir an dem jetzt? An dem müssen wir jetzt vorne die Bremsbeläge ausbauen. Alles klar. Wird man da eigentlich auch so ein bisschen zum Mercedes-Fan, wenn man hier die Ausbildung macht? Ja, auf jeden Fall. Was ist dein Favorite-Modell? Eine C-Klasse. Weil es ist einfach das geilste Auto, was Mercedes hergestellt hat. Okay, Sebastian, alles wieder in Ordnung. Ich danke dir. Ja, perfekt. Tschau, mach's gut. Danke. Tschau.